Musik Mir gefällt es außergewöhnlich gut, wie Jende die Blätterbarkeit der Noten gelöst hat. Den ersten Satz hier gedruckt bis hierher, den zweiten Satz noch hier und dann den dritten Satz auf den nächsten drei Seiten. Man braucht keine Kopien mehr. Musik Wir finden es einfach wunderbar, dass es nach wie vor einen Verlag gibt, der so viel Herzblut in die Herausgabe dieser großartigen Musik hineinlegt und die höchsten wissenschaftlichen Standards anlegt an diese vielen Fragen, die sich ja doch aus den Quellen ergeben. Musik Und wenn man möchte, dann hat man eben den Zugang in den Anhängen und kann dort in die Tiefe gehen. Und dass da keine Mittel gescheut werden seitens des Verlags, ist einfach ganz wunderbar für die tägliche Arbeit. Mit der Jende öfter sind wir auf der sicheren Seite. Waren wir gerade am Anfang, dann sagt einer was hier zum Schluss, 219, ja, oder wir müssen mal schnell im zweiten Satz. Ja, und wenn ich mir kurz was notieren will und mir reicht der Platz nicht, dann ist das ruckzuck auseinandergezogen. Wenn man hier zum Beispiel mal was farbig machen möchte, sagen wir rot, ja, weil ich es vielleicht jedes Mal überlese, dann nehme ich hier rot, Piano und schiebe mir das einfach hier nochmal in rot daneben. Ich schätze die sehr gute Lesbarkeit bei Helene. Super Notenbild, sehr klar und eine top Papierqualität, die selbst im Konzertlicht nicht reflektiert. Ich freue mich in jedem Konzert drüber.